Musik Wir sind auf der B26 bei Thrunstadt. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer fuhr von Thrunstadt in Richtung Roststadt und kam aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen einen Baum. Das Fahrzeug fing offensichtlich sofort Feuer und der derzeit unbekannte Fahrzeugführer verbrannte bis zur Unkenntlichkeit im Fahrzeug. Unfallzeugen waren nicht vor Ort, nur Ersthelfer, die aber erst zur Unfallstelle kamen, als der PKW schon vollends brannte. Es wird ein Sachverständiger hinzugezogen, der zur Klärung der Unfallursache beitragen wird. Ansonsten dauern die Ermittlungen weiterhin noch an. Untertitelung des ZDF, 2020